Hallo, ich bin Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Fast & Garttäne. Ich bin hier live auf dem Demopark in Eisenach und zeige dir mal vom Husqvarna-Stand den neuen Allradmeerobotter. Bis zu 75 Grad Anlage, da könnt ihr einen richtigen steilen Berg haben und den Meerobotter ohne Probleme fahren. Ist dabei ultra leise, so wie die anderen Husqvarna-Meerobotter ja schon gewohnt. Ihr hört es, eigentlich so gut wie nichts. Dann ist es entweder schon zu spät oder am nächsten Mal rechnet es. Der ist sehr beweglich, dreht hinten einzeln. Das ist der Allrad. Der Allrad dreht. Gibt es eine Laufung? Zu sehen. Und dreht. Und mit Messer. Sechs Messer dran. Und dreht. Oder durch die Umdrehung sich aufstellen. Ihr habt zur Zeit kein Problem mehr. Wenn ihr einen steilen Berg im Garten habt oder Hanglage, das schafft ihr spielend. Würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir beraten lasst. Ich kann euch das Gerät installieren. Ihr könnt es euch umfangreich beraten lassen. Wenn ihr Fragen habt. Das ist kein Thema. Wir haben zu funktionieren Lagen. Ich habe die verschiedenen Mähroboter auf Lager. Wie gesagt, muss ja nicht unbedingt der Allrad sein. Aber kann natürlich, wenn ihr was steileres habt. Wir haben natürlich die kleineren, einfache Mähroboter genauso im Programm. Wichtig ist halt beim Allrad, der schafft halt auch wenn es mal besser ist, dass da eine normale schon rutschen würde. Ich lasse der Allrad dann ohne Problem ab. Und ihr habt dann auch am Berg immer einen schön gemähten Rasen. Und keine Arbeit mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, sonnigen Tag. Und ich bringe euch noch mehr Videos dann von der Messe hin. Dankeschön. Und wir haben ja den Tod st guardian. 네, ja machen wir hier. Ich mach es einfach jeder mit Senf. Ich höre keinen weg vondet, also dafür. Ich denke, es ist einaye связ port. Es ist eine 195, März. Es gibt es so. Ich mache pair服 und license jetzt ein wenig hier. Ich bin noch ganz Mitarbeiter, das Grab. Ich erf voll, das 다음에 ich arte. Dann gibt's uns hin und wieder. Also gibt es gleichی Stratze oderieving, Untertitelung des ZDF, 2020